Herr Hilbinger, es geistert schon längere Zeit eine Idee in Ihrem Kopf herum, konkret gesagt um eine Lehrlingsmesse. Was hat Sie veranlasst, in diese Richtung so etwas anzudenken? Ich beschäftige mich schon längere Zeit mit der demografischen Entwicklung. Ich kann aus meinem eigenen Hintergrund in meinem Betrieb sehen, wie schwierig es ist, gute Facharbeiter, qualifiziertes Facharbeiterpersonal zu finden. Also war mir klar, dass man ganz massiv in der Lehrlingsausbildung neue Konzepte zu verwirklichen hat. Es sind die höheren Schulen für uns eine starke Konkurrenz. Und nicht alle eignen sich für diese oder eine Facharbeit der Ausbildung. Und mir scheint es darum zu gehen, die richtigen Ausbildungen anbieten zu können für junge Menschen, zu denen sie taugen, für die sie geeignet sind. Und ich möchte hier eben meinen Beitrag leisten. Jetzt geht es natürlich darum, dass dieses Angebot auch von anderen Seiten quasi kommt. Ich sage jetzt nur Wirtschaftskammer, Bildungsmeilung, auch von der Bundesregierung gibt es gewisse Aktionen wie Lehre mit Matura etc. Sie gehen aber mehr in die Regionalität. Die Bildungsmeile, weil Sie sie angesprochen haben, ist eine ausgezeichnete Idee. Das heißt, hier können Kinder Betriebe kennenlernen, die betriebliche Praxis kennenlernen und einen Eindruck vermittelt bekommen, wie so ein Lehrberuf aussehen könnte. Ich sehe unsere Initiative im Raum Weidhofen als ergänzende Veranstaltung und die Bildungsmeile geradezu als eine logische Folge einer solchen Lehrlingsmesse. Was wir nämlich tun möchten, und ich glaube, das ist wichtig, dass sich Weidhofen und die Umlandgemeinden hier präsentieren oder genauer gesagt, deren Betriebe die Lehrlinge ausbilden, ist an einem Ort ganz in der Nähe, dort wo Lehrlinge auch tatsächlich suchen, das bunte Leistungsspektrum der Ausbildungsbetriebe dieser Region darzustellen. Ich habe persönlich Erfahrung mit Messen, wie sie in Wieselburg in Amstetten stattfinden, alles gute Initiativen. Wir als Firma Durmed haben aber bemerkt, kein einziger Lehrling bewirbt sich dann bei uns, weil jemand eben nicht mit dem Mobbert diesen breiten täglichen Arbeitsweg auf sich nehmen wird. Also müssen wir in Weidhofen, in den Gemeinden vor Ort, sei es das Innere Ibstal, Ipsitz oder andere Umlandgemeinden selber tätig werden. Ich habe mit Unternehmen gesprochen, mit guten Ausbildungsbetrieben, mit befreundeten Unternehmen, die die gleichen Probleme haben wie alle. Es verteilt sich der kleine Kuchen an Lehrlingen, großteils auf Großbetriebe, die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben für sich und ihr Jobkonzept Werbung zu treiben, eigene Ausbildungsstätten und dergleichen. Das haben die kleineren und mittleren Unternehmen so nicht. Das heißt, der Kuchen wird immer kleiner und das haben viele Unternehmer erkannt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass viele junge Menschen in Matura-Ausbildungen gehen, dieses Wissen aber dann sehr schlecht umsetzen zu können. Ich persönlich habe festgestellt, es ist viel leichter, Akademiker-Maturanten zu bekommen. Jetzt spreche ich wieder in der Realität meines Betriebes als gute Facharbeiter. Und dies wissend, und ich habe gemerkt, ich finde hier gutes Feedback, bin ich natürlich auch an Lehrer, die ja Direktoren und Direktorinnen herangetreten, die hier sehr engagiert vorgehen, denen es wirklich wichtig ist, wie ihre Kinder, in welche Ausbildungen sie kommen. Und natürlich habe ich auch mit der Politik den Schulterschluss geführt, denn die muss das auch mittragen und die muss uns öffentliche Räume für diese Messe zur Verfügung stellen. Sie haben uns jetzt das Umfeld kurz erklärt und Ihre sozusagen Zielgruppe, aber jetzt gründen Sie eine Arbeitsgruppe, eine ARGE. Wer ist eigentlich da in Ihrem Kernteam? Ich habe mir befreundete Unternehmer in das Kernteam geholt. Das sind Leute wie der Herbert Hanger, der ein Sägewerk bei uns gleich in der Nähe hat und Lehrlinge ausbilden möchte, also sozusagen ein Newcomer im Thema Ausbildung. Oder andererseits sehr renommierte Betriebe, beispielsweise hier die Firma Overklammer, die mit Vize-Europameistern, Landesmeistern und so weiter in der Lehrlingsausbildung Hervorragendes geleistet hat. Ja, wer Hilbinger kennt, der weiß, es geht meistens sehr schnell bei ihm. Zum einen, alles geht nicht schnell, was mir so an Ideen im Kopf herumschwirrt. Aber jetzt in der Realisierung, nachdem dieses Kernteam aus Wirtschaft, das aus Pädagogen mit dem Direktor Reichenvater, der Frau Aigner, dem Herrn Fürst und schließlich dem Leo Lugmeier aus der neuen Mittelschule in Ipsitz gebildet ist, soll es schnell gehen, damit da Dynamik drinnen bleibt. Denn was länger dauert wie ein halbes Jahr, lässt Energie verpuffen. Wir haben uns also gestern zu unserer ersten Sitzung zusammengefunden, haben auch die Medien informiert, damit dieses Projekt sich im Bewusstsein der Bevölkerung auch verankert. Denn unsere Adressaten sind ja die jungen Menschen, die wir ausbilden möchten und deren Eltern und Großeltern und wollen bereits am 10. Juni dieses Projekt in der Firma Overklammer in einem größeren Kontext, also da werden wir einladen, wirtschaftstreibende Pädagogen, interessierte Eltern und Großeltern und auch die Kinder vorstellen und bereits im Herbst, im Frühherbst, genauer gesagt am 23. und 24. September des heurigen Jahres, wollen wir schließlich im Rothschildschloss in Weidhofen an der Ips diese Lehrlingsmesse abholten.